Ein Dach über den Kopf zu haben, eine Miet- oder Eigentumswohnung, gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Manchmal vor allem in einem Land wie Südtirol fehlt es an dem nötigen Geld. Die Gesetzesnovelle zur Wohnbauförderung soll bezahlbares Wohnen für die Menschen in Südtirol sichern, gleich ob in Miete oder in Eigentumswohnungen, denn leistbares Wohnen ist auch wichtig für den sozialen Frieden und den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das Gesetz wurde letzte Woche der Landesregierung vorgestellt, nun der Öffentlichkeit und dem Landtag. Ab jetzt folgt ein breiter Beteiligungsprozess, bei dem die Gesetzesentwürfe schon am nächsten Dienstag den Sozialpartnern und dann den Interessensgruppen vorgestellt werden. Im Sommer soll das Gesetz dann vom Landtag verabschiedet werden. Das Wohnen muss leistbar sein. Wir haben sehr viel in diesen Jahren in Wohnbaupolitik investiert, das ist klar. Die Gesellschaft ändert sich aber ständig, es gibt neue Bedürfnisse und deswegen brauchen wir ein neues Wohnbaugesetz. Das Wohnen muss leistbar sein, das gilt sowohl für Eigentumswohnungen als auch für Mitwohnungen. Grundlage für das Gesetz ist eine Studie zur Entwicklung des Wohnbaubedarfs in Südtirol bis ins Jahr 2030, welche auch die Veränderungen in der Gesellschaft berücksichtigt. In über zehn Jahren werden die Familien in Südtirol durchschnittlich aus 2,2 Personen bestehen. Fast 40 Prozent wird aus Alleinerziehenden bestehen und die Senioren werden 25 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Die Ziele dieses neuen Gesetzes sind in erster Linie auch in Zukunft leistbares Wohnen zu gewährleisten. Und dafür haben wir in diesem Gesetz verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Unter anderem das Wohnensystem. Alles so, es soll in Zukunft eine Zusatzförderung geben für Maßnahmen zur Energieeinsparung, für Menschen, die in strukturell benachteiligten Gebieten leben, für Auflagen, die für den Denkmalschutz zu erfüllen sind. Aber es soll auch eine Zusatzförderung für jene geben, die sich entscheiden, mit einer höheren Dichte zu bauen und damit Grund zu sparen. Außerdem soll durch neue Wohnmodelle wie Co-Housing und Co-Working mehr Platz für das Miteinander von Gemeinschaften und Generationen entstehen.